Hi zusammen, in diesem Jahr darf ich als Schirmfrau den CSD in Karlsruhe unterstützen und ich freue mich unglaublich, dass ihr mir dieses Vertrauen entgegenbringt. Als Frau mit Migrationsgeschichte ist es mir ein besonderes Herzensanliegen, auch Ally für andere Dimensionen von Diversity zu sein. Ich setze mich seit Jahren für das Thema ein und ich freue mich sehr, dass ich mit Reichweite, mit Sichtbarkeit, mit Positionierung, aber vor allem mit ganz viel Herz am 3. Juni live von den Fahrern in Karlsruhe dabei sein darf. Ich bin ja auch waschechte Karlsroherin, da geht mir doppelt das Herz auf und ich würde sagen, wir haben gemeinsam einen fantastischen Tag und feiern und bringen das Thema in die Breite der Gesellschaft.